Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach der heutigen DL2-Begegnung zwischen dem EHC Freiburg und den Kassel-Haskis. Ich begrüße den Cheftrainer unserer Gäste, Herrn Rico Rossi, unseren Trainer Leosch Sulak und darf zunächst das erste Wort überlassen unserem Gastwirt hier im Wibraum, Herrn Willi Zimber. Liebe Wibraumgäste, heute darf ich mich bedanken beim Gastroservice hier aus Freiburg, beim Günter Kuri und seinem Team für die ganz hervorragende Bewertung. Vielen herzlichen Dank. Dann in aller Kürze ein paar Zahlen am Rattel der heutigen Begegnung. 2.213 Zuschauer haben diese Partie in der Franz-Siegel-Halle verfolgt. Die Zwischenergebnisse der anderen Begegnungen, soweit sie mir vorliegen, zwischen Bad Nauheim und Rosenheim geht es gerade im Moment in das Penalti-Schießen beim Stand von 4 zu 4. In der Verlängerung ist dort kein Tor gefallen. Wittigheim gegen Ravensburg, 3 zu 1, der Endstand. Dresden gegen Grimitschau, nach 19 Minuten und 50 Sekunden im Schlussdrittel 3 zu 4. Kaufbeuren gegen Frankfurt, Endstand 1 zu 3, Weißwasser gegen die Heilbronner Falken, Endstand 3 zu 1 und Bremerhaven gegen Rissersee. Diese Partie hat ja erst um 20 Uhr begonnen, dort steht es nach 8 Minuten im Schlussdrittel 3 zu 1. Diese Lottozahlen sind wie immer ohne Gewehr, es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich vertan habe, aber ich habe mich sehr bemüht. Und jetzt schalten wir direkt um in die Analyse der beiden Trainer zum sportlichen Geschehen heute auf dem Eis. Und ich darf zunächst Herrn Rossi aus Kasseler Sicht um seine Worte zum Spiel bitten. Ganz schön, guten Abend zusammen. Herzlichen Glückwunsch an Leo und die Mannschaft, es wäre ein verdientes Sieg von den Freiburgern heute. Wir haben schon vom ersten Wechsel an nicht wirklich bereit ins Spiel gekommen. Wir haben Glück im ersten Drittel, dass unser Torwärter uns gut gerettet hat und dass das nur 1-0 war. Im zweiten Drittel, mit zwei Fählern in der Neutralzone, wurden die sehr gut ausgenutzt von den Freiburgern. Das hatten wir auch gewusst vorher, dass die Mannschaft hat die technische Fähigkeit, die Chance gut zu nutzen. Und wir dürfen nicht zu viel Turnovers oder Fählern in der Neutralzone machen. Wir haben zwei gemacht und zwei Tores kassiert. Dann hatten wir in zwei Wechseln, zwei Schnelltors geschossen. Und dann im letzten Drittel, das hat uns im letzten Drittel die Hoffnung gegeben, dass wir konnten die Spiele drehen. Wir haben schon im letzten Drittel alles ausprobiert, die Spiele zu drehen, aber nicht geklappt. Und wie gesagt, es war ein verdientes Sieg von den Freiburgern. Wir hatten noch das letzte Ergebnis im Kopf gehabt, als wir das letzte Spiel gegen Kassel 9-0 verloren haben. Und das habe ich auch, oder wir haben schon die ganze Woche darüber gesprochen, dass wir uns revanchieren wollen. Und ich muss sagen, die Jungs hatten die ersten zwei Drittel, haben die ein super Eishockey gespielt. Im zweiten Drittel beim Überzahlspiel, ich glaube nicht, dass man das besser spielen kann. Und das Einzige, was da gefällt hat, ist, dass man das leere Tor trifft beim Stande 3-0. Und da sieht man, wie es im Eishockey, wie schnell das gehen kann. Dass wir in einer Minute zwei Tore kassieren, dann steht es 3-2. Und im letzten Drittel, und da muss ich den Kasselern ein Kompliment machen, weil da hat man im letzten Drittel gesehen, was da für eine Power dahinter ist im Sturm, dass die sehr, sehr viel Druck gemacht haben. Und die haben verteidigt mit allem, was da zur Verfügung stand. Und dann war das Glück auch auf unserer Seite. Aber ich glaube schon, dass aufgrund von den ersten zwei Dritteln haben wir die drei Punkte verdient. Danke. Ja, ein Dank an die beiden Trainer für ihre Analyse. Und jetzt ist die Fragerunde eröffnet. Frage an Herrn Rossi. Sie haben gesagt, es war ein verdienter Erfolg, wo er siegt. Sicherlich, aber im letzten Drittel war ja für euch praktisch alles angerichtet, um zumindest den Ausgleich zu machen. Es war viel gut gemacht. Woran hat es letztlich gehapert? Am ersten Stelle, das hat gehapert, dass wir drei, zwei hinten stehen im letzten Drittel. Und wenn man immer versucht, die Ergebnisse hinten zu bekommen, das passiert nicht immer. Wir haben oft von hinten gekommen und die Spiele gedreht. Und wir haben gedacht, vielleicht schaffen wir das auch heute. Das wäre der einzige Ding, deswegen wären wir nicht bereit. Und wenn man hinten steht, gegen eine Mannschaft, das sehr kompakt vor dem Torwärter ist und auch einen sehr guten Torwärter hat, ist es schwer zu knacken. Dann in dem letzten Drittel muss ich auch sagen, unser Powerplay hat zwei oder drei Chancen in Ubersal, die Tore zu schießen. Unsere Ubersal ist eine von den besseren Ligas im Moment, aber heute wird es nicht die Fall. Ich glaube, dass wir werden einfach schwer für uns, eine riesige, gute Chance zu bekommen gegen die Freiburgers im letzten Drittel, denn die werden sehr gut vor dem Torwärter gestanden. Ich glaube, dass wir kommen, hätten die meisten von außen gekommen müssen, weil die stehen sehr kompakt, sehr kollapsed vor dem Torwärter mit vier oder fünf Mann. Und so, das wäre immer ein bisschen schwer für uns, eine gute, klares Chance zu bekommen. Wenn wir die klares Chance bekommen haben, wie diesen zwei Tores, dann hast du gesehen, was für eine Fähigkeit die Mannschaft hat, Tor zu schießen. Das ist eine von den torreichsten Mannschaften der Liga. Das ist kein Problem für uns, Tor zu schießen. Aber heute, die Freiburger hat sie sehr gut verteilt im letzten Drittel. Gibt es weitere Fragen? Ja, Mann, Andreas, du hast ja im Prinzip auch schon gesagt, wenn es dann zwei, drei, vier, null für uns steht, wäre das Ergebnis wohl auch in Ordnung gegangen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da waren wir im zweiten Drittel bei unserem Überzahlspiel, dass wir die Scheibe nicht reinbekommen haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ist so, es ist so im Sport und ich wünsche den Kasselern da viel Glück in den Playoffs und ich schätze die, dass die dieses Jahr oder die Saison sehr weit kommen werden. Gibt es weitere Fragen? Das ist noch eine personelle. Michi Frank ist auch heute vor einer Woche im Wiedegang verletzt ausgeschieden. Er hat, glaube ich, diese Woche eine MRT gehabt. Wie sehe ich mit ihm aus? Wie lange wird er ausfallen? Das weiß ich nicht. Die nächsten 14 Tage sollte er nicht trennen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das hängt von ihm ab. Da ist nichts abgerissen oder nichts gebrochen. Das ist nur eine Zerrung und wie lange das dauert, das wissen wir nicht. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, der Hinweis darauf, dass unsere Mannschaft heute in zehn Tagen am Sonntag, 21. Februar, das nächste Heimspiel bestreitet gegen Rosenheim. Dazwischen sind zwei Auswärtsspiele zu bestreiten in Ravensburg und in Heilbronn. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen aus Kassel eine gute und unfallfreie Heimfahrt und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke.